Guten Abend, liebe Leute. Heute nicht so viel Streaming-Action von meiner Seite. Ich habe eher die Streams geguckt heute, als sie zu erstellen. Das wird sich morgen wieder ändern. Ich fühle mich schon ein bisschen besser. Ich konnte teilweise niesen, ohne große Schmerzen zu haben. Das war schon mal sehr nice. Und ja, deswegen werde ich morgen auch wieder arbeiten und morgen werde ich wieder schön streamen. Dann ab 19 Uhr mein Kanal. Kommt vorbei, kommt vorbei. Vielleicht gibt es da was Schönes zu hören. Und ansonsten habe ich heute ein bisschen Orga-Kram hier und da gemacht. Noch ein bisschen E-Sport-Organisation, ein bisschen was Richtung Kontaktaufnahme mit regionalen Location-Partnern, um dann nicht dieses Location-Ding zweimal drin zu haben. Und ja, werde dann morgen erstmal arbeiten und dann da ein bisschen weitermachen. Ich habe auch noch am 17. einen Bewerbungsschluss bei einer Stelle. Mal sehen, wann ich das fertig kriege. Aber das kriege ich vielleicht auch morgen noch hin, bevor dann das Streaming losgeht. Und ja, das ist so das, was gerade bei mir ging. Also relativ ruhig, weil ein bisschen schonend war noch angesagt, rein körperlich. Und ja, morgen habe ich dann hoffentlich genug Luft, genug schmerzfeilen Rücken, um alles durchzuziehen. Also, genug gelabert für heute. Wenn ihr Bock habt, kommt ihr morgen Abend vorbei. Sonntag gibt es die Playoffs, wie gesagt, um 19 Uhr auch. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Gute Nacht irgendwann. Kommt gut in den Mittwoch. Und haut rein. Und ja, dann gehe ich wieder in den nächsten Mal. So, jetzt werden wir alle Bilder und die Hände zurückключieren. Also, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.